Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insights zu den aktuellen S04 News. Mit Florian Flick wurde ja schon der erste Spieler abgegeben. Es geht in der Rückrunde auf Leihbasis in die zweite Liga. Und genau das gleiche Szenario gibt es nun wohl auch bei Kerem Czalanuglu. Auch dort war ja schon seit längerem klar, dass er wohl auch mit der dringendste Abgangskandidat ist, weil er einfach dringend auch Spielpraxis braucht und diese bislang ja nur in drei Kurzeinsätzen bekommen hat und sich das eben auch in der Rückrunde wahrscheinlich nicht ändern wird. Und nun wird ein Nebensatz von der Bild-Zeitung erwähnt, dass Czalanuglu in die zweite Liga verliehen wird. Und zwar zum SV Sandhausen. Jetzt zum Zeitpunkt der Videoaufnahme gibt es auch noch keine weiteren Berichte darüber. Deswegen bin ich mal gespannt, ob das im Laufe des Tages noch kommt. Aber die Bild-Zeitung schreibt, dass unser Sportvorstand Peter Knebel erst Florian Flick und jetzt auch Kerem Czalanuglu in die zweite Liga verliehen hat. Ähnlich wie bei Flick soll diese Laie keine Kaufoptionen beinhalten. Sprich, man plant auf jeden Fall mit solchen Spielern ab Sommer erst recht, wenn es runtergehen sollte, in die zweite Liga. Und deswegen gibt es hier auch keine Kaufoptionen. Beim SV Sandhausen könnte auf jeden Fall Czalanuglu deutlich mehr Spielpraxis sammeln. Dort fehlt Mechima Okoruchi, der nominelle Stamm-Linksverteidiger. Mittlerweile spielt man häufig in einer Dreierkette, wo ja auch schon Czalanuglu bei uns wirklich gute Leistungen in der Rückrunde in der vergangenen Saison gebracht hat. Und deswegen kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass hier Interesse vorhanden ist und fände es auf jeden Fall auch nicht verkehrt. Wie gesagt, es ist noch nicht offiziell bestätigt. Die Bild-Zeitung hat es auf jeden Fall schon geschrieben, als wäre es fix. Aber zum Zeitpunkt meiner Videoaufnahme haben das die Vereine noch nicht bestätigt. Aber meiner Meinung nach klingt das auf jeden Fall nach einem realistischen Wechsel. Sandhausen sucht Verstärkungen, könnte auf dieser Position Spieler gebrauchen. Czalanuglu ist auf dem Markt. Schalke möchte ihn verleihen. Und somit wäre das natürlich ein weiterer Transfer, der uns gut zu Gesicht stehen würde. Eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao. Und Glück auf an alle Schalker.